Wir gehen heute auf das 4-Minitore-Spiel ein. Es ist ein hocheffektives Spiel. Zum einen zur Verbesserung der Offensivtechniken wie Passspiel, wie die Ballan- und Mitnahme. Ich habe einen Gegner dabei, ich habe einen Raumdruck dabei. Das Ganze ist spielnah. Dann stellt man sehr schnell fest, dass die Spieler im Kopf viel schneller werden, weil sie eben viel mehr wahrnehmen müssen. Ihr bekommt Bausteine an die Hand, mit denen ihr euer eigenes 4-Minitore-Spiel gestalten könnt. Um das genau auf meine Mannschaft, genau auf meine Spieleranzahl ohne Probleme zu bekommen.